So, hallo! Ich hab grad, äh, also, festgestellt, dass ich jetzt mein Skin wieder hab. Ich hab eigentlich, ähm, ja, letztens, wo ich's machen wollte, dass ich den Skin wieder ändere, den ganzen Tag verbracht, damit zum Restarten, Sohn-Mod-Downloaden, dann hab ich noch einen anderen gefunden, der was downloadet, ähm, weil die haben das geändert, dass die Version, ich glaub, unter 1.8 oder so, ich glaub, das hier ist die 1.5.2 Version, ähm, dass es da die Skins nicht mehr runterlädt von der Seite, deswegen hab ich da einen extra Mod gebraucht, also, wie hab ich rausgelesen, ja, und deswegen hab ich mir die dann gedownloadet und, äh, ja, hat dann nicht so funktioniert, wie ich's haben wollte, da hat mir so, hey, jetzt seh ich den heute dann gleich im Let's Play, dass es nicht funktioniert hat, dann schalte ich ein, jetzt funktioniert's doch, keine Ahnung, Computer manchmal, weil ich weiß jetzt auch nicht, welcher von denen funktioniert hat, weil ich hab beide immer noch drin. Ja, gut, ähm, das find ich schon mal gut, dass ich nicht als dies spielen muss, das gefällt mir. So, dann wollte ich das hier mal umändern, dass ich hier... ...mehr sehen kann. Meeeer. Äh, Minecraft-Layout. Okay. Hidden. Highlight-Tipps-Hidden? Warte, ich seh nicht, was das für ein Block ist. Wenn ich jetzt Highlight-Tipps-Hidden mache, so, hier, Show, dann seh ich, was das für ein Block ist. Boah, hast du's hier nicht angezeigt, oder? Nö. Ich will das aber, dass es das anzeigt. Hm, gut, dann haben wir noch was Positives. Ähm, ich hab ja... Ich dachte mir so, hey, ich muss ja noch ändern, also, dass mir dann nichts abbrennt und dass die Endermen nicht stehlen und so. Aber das ist ja letztens der Creeper explodiert und das ist mir aufgefallen, ja, dass das eigentlich kaputtgegangen ist. Von daher denke ich, muss ich da gar nichts ändern. Genau, ich wollte dann noch einstehen in der Mini-Map. Äh. Ich weiß immer noch nicht, wo die Mini-Map ist. Warte nicht auf Plus. Square-Map, Location, Top-Right. Hide-Mini-Map, Off. Nein. Radar. Show Players On. Ja, da kommt kein anderer Player drauf. Show Hostiles, Off. Ist jetzt On. Ist jetzt besser. Show Neutrals On. Off. Wollen wir die Neutrals auch haben, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Show Mob Helmets. Mob Helmets, mir egal. Das ist auch egal, das ist auch egal. Icon Filtering. Was ist ja der Unterschied? Ha. Keine Ahnung. War das On oder Off? Weiß nicht. Icon Outlines. Können wir mal dran lassen. So. Das ist schon mal gut. Dann sehen wir die schon mal. Size Regular. Large. Small. Lassen wir auf Regular. Denn... Heute Mini-Map 9. Detail. Biomes On. Ja, ja, ja. Ich glaube schon. Biome Overlay Off. Keine Ahnung. Waypoint. Aha. Und das heißt, bei Practical Plus mache ich mir auch ein Waypoint. Machen wir mal hier ein Waypoint. Home. Und das ist sehr gut, weil... Home ist immer auch gut. So. Plus Waypoint. Das werden wir nicht unbedingt sehen. So. Wunderbar. Dann wissen wir das nämlich schon mal. Dann wollte ich hier, glaube ich... Block Items Settings. Nö, 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 nö. Wie kann man das dann größer machen? Video setting. Grafik. Nein. Brightness. Moody. Moody. Render distance far. Full screen off. Close on. Ja. Da. Das hier. Small. Nein. Normal. Large. Wow. Auto. Nö. Lassen wir das mal so. Wenn ich das jetzt so hab. Das sieht man hier viel mehr. Ich glaube, so lassen wir das, oder? Ist das nervig so? Ich glaube, es ist gut so. So. Dann gehen wir mal ins Web. Schauen wir, wie es hier ausschaut. Ist auf 88%. Ist nichts drin. Haben wir Steinchen. Tragen wir auch nicht mehr. Das kann man auch nicht. Das können wir auch raus tun. Wo ist diese Kack-Enderman? Ist hier zu glücklicherweise da irgendwo drin? Ich höre ihn. Achso, hier ist bestimmt da drin. Heißt er auf dem Haus. Sauer. Ich höre ihn. Ich höre ihn. Nicht höre ihn. Mal schauen. Oder geht's nicht hoch? Ist ein blöder Zombie. Ich kann mal schlafen kurz. Ja, bei Umsat- Auf- 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 Ich habe bei mir im Programm gesagt so Hey, wenn du das haben möchtest. Dann, ja. Was ist dieser Kack-Enderman? Ja, das ist ein bisschen blöd. Wahrscheinlich ist der auf dem Haus so. Ja. Dann hat er gesagt so, hey, es könnte ein Virus sein. Ich komme rein. Dann. Kack-Affeln-Nasen-Zombie. Oh, ich kann mich auch mal her. Oh, ich glaube, ich könnte ihn nicht π Haha. Ich glaube ich kann kurz das Zeug wieder weglegen. Brauche ich ja nicht. Schweinchen. Schweinchen. Dann haben wir jetzt hier. Oops. Dann machen wir hier hin. Hat man vorher auch schon Eier? Was ist denn hier drin? Ja, da haben wir Eier. Das zeug mal hier hin. Das kommt mal auch mal rein, warum nicht? Da haben wir kein Fleisch. Da ist was hier. Ja, haben wir hier sowas hier. So, rein damit. Auch da räumen. Ja, und den Dirt können wir mal behalten. Ich muss mal kurz gucken. Ich hab Angst. Ich hab noch was gefolgt. Nö. Aber das ist schon mal gut, dass es hier die Mops anzeigt auf der Karte, weil wir nicht ganz so viel Angst haben. Wieso fehlt hier so ein Ding? Wieso fehlt hier Dirt? Dirt. So. Mal gucken. Was heißt denn hier für Solaranlagen? Sind das die besseren Solaranlagen? Solaranlagen. Nö, das sind die besseren Solaranlagen. Und hab ich hier da vorne hingepackt? Mal gucken. Nö. Nö, das sind auch keine besseren. Hier, cool. Was brauchen wir denn für bessere Solarpaneels? Solar. Wir haben Advanced Hybrid Solar Panel. No voltage. Quatsch. Dings. Könnten wir die Dinger machen? Oder wir machen die Solarpaneels. Ach so, die funktionieren auch so wunderbar. Das sind die, die wir eigentlich sonst immer gemacht haben mit Iridium. Advanced, genau. Advanced, dann kommt hier Treet, dann sowas hier. Wunderbar, freu ich mich schon drauf. Divis Beschäftigungs-Olar-Dinge zu machen. Hab ich sonst irgendwo? Nö, ich glaub ich muss da jetzt noch ein paar andere machen. Hä? Hä? Das ist eine Random Chest. Hab ich sofort einen kleinen Glauben. Ah, hier haben wir einen Spallen drin. Oh, und da haben wir die Queryl Stones noch nicht schlecht. Oh, es ist schon auf 90. Krass. Ähm, hier haben wir... Noch nix, was man mit Iridium machen kann, so wie es ausschaut. Hm. Wir brauchen die Dinger, Iridium-Glas. Dann braucht man dann mehr... Closed-Own-Dust. Hihihi. Wir machen hier aus den Farmen. Hier unten, cool. So. Also... Ich denke, muss doch da schon mal ein Solar-Panel sein, oder? Was da bisschen besser ist. Keine Ahnung, wo. Gut. Also die Dinger haben wir drei Stück. Eine Solar-Dinge haben wir. Jetzt werde ich angerufen. Willst du mich verarschen? Ja gut, dann unterbreche ich mal eben. So. Da bin ich wieder. Und ich guck mir hier grad so die Dinger hier an. Ich bin mir sicher, dass ich auf jeden Fall so'n Kack- Glowstone brauche. Gibt sich ne andere Möglichkeit auch noch in Glowstone zu kommen? Glowstone. Ich könnte Glowstone-Dingens mit Glowstone machen. Super. Hm. Oh! Aus ner Scrap-Box kommt vielleicht auch was raus. Wie kommt man aber an das aus so ner Scrap-Box? Hm, weiß ich nicht mehr. Ach so. Nö. Doch. Äh. Scrap aus den Scrap-Dingensen. Genau. Wenn ich den Müll einmal Dings reinwerfe. Ja. Hm. Nun ja. Äh. Ich glaube ich die mal mit der Fackel wegmachen. Ich pack die mal hier rein. Ich pack die mal hier rein. Hm. Ich pack die mal weg. Unbreaking and Loot. Hm. Ja. Wir könnten ja mal gucken. Scheiße. Ich glaub ich brauch mehr Erde. Könnt man ja mal in den Neta gucken. Jetzt hab so'n Kacken Bock drauf. Aber ich möchte Glowstone. Und ansonsten kommen wir nicht mit dem Kloster. Hm. Schau mal. Auf in den Neta. So. Ich muss mich grad auch schon wieder halbwegs ärgern. Hm. Mein Ferseh nur schwarz kommt. Und mein Gespräch war auch nicht grad unbedingt das Beste. So hoch. Bist du auch? So wieder spielen. Scheiße. Wo bin ich denn da rangefallen? Im Loch. Mensch. Gleich spinne. Ich bin gleich wieder da. So. Glaub ich spinne. Wie kein Spider. Da ist schon die erste Mini-Kackspine. Boah. Wirst du mich verarschen? Jetzt brenne ich auch noch. Was ist denn da bei mir, was mich jetzt zum Brennen bringt? Huh. Toll. Hilfe. Hilfe. Bist du hoch? Ich bin natürlich ohne Rüstung unterwegs wie immer. Ich hab Angst. Ich hasse Spinnen. Besonders im Neta. Wo komm ich denn hier nochmal raus? Da. Nein, nein, Spinne. Ich muss ja mich jetzt erstmal hochreilen. Hier. Wo ist da noch eine Spinne? Ich bin ja froh, dass mich die Dinger hier nicht angreifen. Nein. Nein. Nein, nein. Ich komm nicht auf die Idee, dass ich hier das Feuer ausmache. Womit ich schlage den auch als Versehen. Nein. Hier gibt es aber. Ich dachte, hier ist close, du. Huh. Da ist eine Spinne. Nein. Na du weg da. Du Kackspinne. Na vielleicht soll ich mir irgendwie Rüstungen ziehen. Moment. Achso. Ja. Ich respawne hier. Okay. Bei Baby Spider. Hey. Ich geb dir gleich. Wo war da noch meine Rüstung? Das ist ohne Rüstung gar nicht so gut. Ah. So. Nimm mal das hier mit. Das schaut auch aus, als welche irgendwie Rüstung. Nein. Stahlhelm. So. So. Auf in den Neta ohne Wache. Das soll ich mal schon hinkriegen. So. Ich hol mir jetzt das wieder. So muss ich hier die ganze Zeit brennen. Hallo, du Kackspinne. Oh. Eine Lootbox. Hm. So. Und meine Brötchen natürlich. Beziehungsweise sind meine Semmeln. Ist das Lava? Nö. Das ist heißer Sand. Hm. Wir sagen mal. Mal hier zu. Weg da. Ich möchte ja nicht, dass mir der Glowstone dann verdrennt, wenn er runterfällt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir in einem anderen Neta sind. So sah es glaube ich damals noch nicht aus. Aber mach aus. So eine Spine. Oder so ein Baum. So. Mal auch ausmachen. Achso. Ich erinnere mich, dass es hier sogar Dinger gab. Ähm. Wo ist meine Pickaxe? Wo ist meine Pickaxe? Jetzt habe ich keine Pickaxe. Ist die verbrannt? Nö. Nö. Da. Ist auch noch eine. Ach na doch. Wo ist meine Pickaxe hier? Glaub's gleich. So. Naja. Was wollte ich sagen? Ich weiß jetzt nicht mehr. Ist ja egal. So. Wunderbar. Dann holen wir uns mal ein bisschen Glowstone. Entschuldigung. Und hoffen drauf, dass wir relativ viel Glowstone kriegen. Mal schön hier den Glowstone mitnehmen. Habe ich da auch noch irgendwo hin? Nö. So. Ich geh mal kurz runter. Und sammel gleich mal auf ein bisschen. Da haben wir dann schon das Etwas. So. So. Hier ein komisches Gebete. So. Dann holen wir uns ein bisschen mehr Glowstone. Geht bestimmt auch effizienter. Aber egal. So. Hier noch ein bisschen. Wunderbar. Vielleicht kriegen wir erst sogar zwei Stacks hin oder so. Mal schön Shift halten, sonst haut's mich runter. So. Weiter einsammeln. So. Mal hier. Das Feuerchen weg. Uh. Mip. Mach nicht so'n Geräusch. Mach's mir Angst. So. Ich hab genügend Erde. Ich kann das einfach so aufmachen jetzt, so. So. Wunderbar. Bis zum nächsten Mal.